Wir spielen beide das erste Mal, die Helden, die wir gerade spielen. Denn Marcel spielt Blitzcrank und ich spiele Darius. Noch nie gespielt und auch nicht in irgendeinem komischen Test-Free-Game oder sonst irgendwas. Ich habe absolut keinen Plan und wir gucken einfach, wie es wird. Der Marcel kann hooken, ich kann hooken. Wir wollen eigentlich nur hooken. Ja, hook, hook, hook. Wir wollen eigentlich gar nicht machen. Und wir haben schon vermutet, dass wir Catelyn auf der... Also wir spielen zum Beispiel Bot. Die Nami wird auch Bot kommen. Catelyn wird irgendwo Top spielen oder der Timo. Der Master Yi wird junglen und der Nasus Bot. Vermute ich mal. Und Timo mit. Ja, und Timo oder Catelyn? Timo ist ja auch Top-Solo eigentlich ganz gut. Bei uns junglet Lee Sin. Finde ich ganz gut. Der Zix wird die Mitte machen und der Kyle Top, glaube ich. Ich habe nicht... Ich glaube umgedreht war es. Umgedreht? Echt? Ich glaube Zix wird Top-Gain-Solo, ja. Zix eigentlich nur mit, aber egal. Soll uns Wumpe sein. Ja, Marcel, ich bin gespannt. Ich habe schon viele Videos gesehen, dass der Blitzcrank-Hook alles so Geiles kann und in Tower ziehen und in einem richtigen Moment hooken und alles. Ja. Ich bin gespannt, wie dein Aiming ist. Also ich muss ja dazu mal sagen, es gibt auch bei Dota 2 einen Hero, der hooken kann. Allerdings ist das ein richtig gefährlicher Kerl. Blitzcrank ist eher so der Supporter. Tank habe ich so gehört. Ja. Bei Dota 2, der Typ kann gefühlte 120 Meter weit hooken. Hier ist es ja echt ein bisschen begrenzt. Also hier wird die Hook, glaube ich, nicht mit jedem Skill-Level länger. Weiß ich nicht, aber der Blitzcrank kann, glaube ich, den längsten. Ja, dann passt er ja zu mir. Fick dich. Ja, wir sind ein bisschen geschädigt nach unserer Jumpmap-Aufnahme. Ja, wunderbar, wer lief. Weil er erstens voll für den Arsch war und zweitens, was skill ich eigentlich, glaube ich, skill das da. Wo haben wir denn die Hook? Raketenangriff, Über-Racket, was? Geladene Faust. Was ist denn die Hook? Nimmst du das Abwehr-Toter mit? Dass du, ähm, links, na? Ich glaube, das war die Hook. Hier, nimmst du, nimmst du das Abwehr-Toter mit? Hast du das als empfohlen? Ja, nee, getarntes Auge stand hier bei mir. Dann nimm du das getarnte Auge, oder was? Ja. Dann nehme ich das Abwehr-Toter mit. Was? Wo will er? Ja, das sollen die machen, die top gehen. Die Blitzcrank läuft auch so schön blöd. Ich würde es mal interessieren, der kann bestimmt auch Safe Hooks machen. Der Blitzcrank sieht lustig aus, auf jeden Fall. Wir gehen erst mal unten in den Busch, würde ich sagen. Ach, Darius, das ist der Kerl. Ah, ja, das ist der Typ, den ich schon auch in dem Stickman-Video gesehen habe, mit seiner fetten Axt. Macht Blutung, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt so einen Wirbelangriff. Erst mal killen. Lass mir ein paar Creeps, dass ich ein bisschen fahre. Ja, ja, du, du kriegst alle Creeps, ich bin hier full Support jetzt. No KS, please. Was ist ein KS? Hilf mir mal. Killsteal. Oder Creepsteal. Aber Creep schreibt man eigentlich mit C. I don't know. I don't care. Ja, wahrscheinlich, weil er Plu holen will. Add me after. Und die da oben. Bein mal, wenn einer kommt, ich gucke denen oben zu. Gut. Gut, gell? Hey, Zeusi. Oh, eins runter. Da kommt einer. Der rennt auch direkt bei dir rein. Heck geworden. Wen haben wir denn? Wir haben die Nami und wir haben... Komm her. Das ist nötig, das ist nötig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es war nur Harassment. Alter, mach ich wenig Damage. Aua. Problem ist halt, wir haben jetzt hier zwei... Supporter. Ach, Quatsch, zwei Milikämpfer, sag ich meine ich. Ja. Ja gut, aber wir hucken beide. Außerdem geht meine Axt ganz schön weit, hab ich so das Gefühl. Ja. Sehr schön. Hab ich so das Gefühl. Jetzt machen wir auch mal einen Hook. Ne, war doch nicht mal ein Hook. Ich weiß gar nicht, was das macht, was ich gerade gewählt hab. Was macht denn das? Muss ich erstmal lesen. Nächster normale Angriff verursacht 120% Schaden. Achso. Aua. 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 Muss ich mal kurz healen. Mal kurz Damage rausgehauen. Ja komm ey, ich muss ja jetzt nicht hier ganz auf Amok laufen gleich. Ne, die Hook geht nicht weiter. Hier hören wir die Level, schade. Nicht getroffen. So, jetzt hab ich einen Hook. Jetzt möchte ich mal probieren. Ja, ne, ne, dann tolle. Ja, ja, ist klar. Ich glaub zumindest, dass es mein Hook ist. Ergreifen. Ja, genau. Was war denn mit der anderen gerade los? Ich hab doch überhaupt nichts draufgehauen. Hast du auch der... Nö. Ich ward mal kurz hier oben den Busch. Ein bisschen zu heikel. Huch. Aha. Kannst die ranziehen? Weißt du nicht? Ja. Ich sterb. Ich muss mal kurz weg. Ich brauch mal Heilung ey. Ich hab auch keinen Heiltrank mehr. The bubble von der Nami ist halt ätzend. Ja, pass ein bisschen auf hier. Die machen jetzt gleich go. Aua, aua, aua. Oh nein. Schade. Schade, schade, Schokolade. On the way. Bist du auch tot? Nee. Die Sin war tot. Oh nee, da hat's zurückgeportet. Schade, schade. Aber ich hab first blood. Ist ja schon mal etwas. Pass auf. Ey, die Nami geht ein bisschen auf den Sack. Wenn du die Nami gut kannst, ist es echt schwierig. Jawohl. Ich bin auf dem Weg. Hier im Busch? Äh, weiß ich nicht. Kann sein. Der ist auch nicht geworden. Aber ich hab auch gerade keinen. Fehlen beide. Bleib mal. Oh, die geht mir schon wieder auf den Sack. Ja, ist scheiße, wenn du hier so Fernkämpfe hast. Oh je. Ich bin ja Monsterhooker hier. Oh. Vorbei. Oh, die geht mir auf den Sack mit den... ...Range-Dingern. Ich muss schon wieder meinen Heiltrank zünden. Die sind aber auch ganz schön aggressiv. Na, weil wir beide hooken wollen. Ah, die hat ja ihr gewordet, die Alter. Das nervt die Sau. Das heilt die und macht dir damage. Ja, ja. Ach, du bist hier. Dein normaler Angriff verursacht 120 Schaden. Verringert das Laufen. Angriffstempo zieht zwei Sekunden. Bla. Na, die hat ja hier gewordet, die Alter. So, die ist jetzt schon Level 6. Müssen wir aufpassen wegen der Wave, ne? Ja. Da kommt Level 3. Pff. Süß. Ach, Mann, wie weit schießt die denn? Was ist denn jetzt gezündet? Gar nichts gezündet, ich bin Level Up. Kann mir die, die kann mich echt nerven, gell? Hey, verschworen das. Gebt mir immer einen mit. Ist auch krass, dass der Supporter Level 6 ist und der AD oder AP-Carry hier auf der Lane nichts macht. Ja, ich kann hier halt auch nicht großartig verressen, ich kann es mal probieren, aber die hat ja ein Wort drin stehen. Ja, da hat sie die Bubble gezündet, jetzt hätte ich sie gehabt. Also, rangezogen, sagen wir es mal so. Geh mal Level 6. Tch. Ja, Ulti. Beste Hook. Die lassen sich halt auch nicht hooken. Bleib mal ein bisschen Defense, ich geh mal in die Mitte. Ja. Ah, doch, hat sie im Übrigen recht, diese Six oder Six ist in der Mitte. Janne ist zurück. Alter, die gehen mir auf den Sack, das sind beides Fernkämpfer. Ich kann den halt jetzt auch nicht hooken, weil der den Tower so weit gepusht hat. Ach, der ist so lahm. Oh, oh. Nami hat geworfen. Ja, ja, die hat hier im Wort gesetzt. Geht mir auf den Nisse. Gibt's das? Hast du die da gehoogt? Nee, die hoogt gleich nicht. Habt's mir doch gedacht, Schnubi. Also, wir entfernen sich immer hin von der Lane. Wieder ein Wort gesetzt. So wurde es. Sitz da oben. Äh, nee, da oben sitzt ich jetzt keinen. Die rennt wieder weg, die alte. Wieder ab. Jawoll, ja. So muss das aussehen. Sehr schön. Da hat aber jetzt gerade auf gerade alles gestimmt. Ja, und ich hab alles rausgehauen. Ja, ich auch. Nee, Ulti hab ich sogar noch. Guck mal, die kann ich nochmal hooken, wenn die noch ein Stückchen näher kommt. Ja, dann, na gut. Muss ich jetzt erstmal passiv gehen. Ja, hau einfach nur den Last-Hit, wenn dann. Ja, ich hau mal ein bisschen Tower. Ja, ja, mach das. Kann man ja mal machen. Pass auf, Jungle auf, gell. Äh, ich geh mal warden. Achso, was ich jetzt hier nochmal machen wollte, ist mal gucken, hier steht doch noch dieser Ward. Kannst du den so kaputt machen? Ja, ich glaub, das werden wir gewinnen. 9-1, weil wir nicht gehen. Ja, das sagt noch gar nichts aus, eigentlich. Aber ich hook ja echt hier wie Hecht-Suppe. Ja, die sieht nicht, dass ich hier drin bin. Gleich ihre Bubble. Achtung. Tade. Willst du denn hier, Nami? Ich würd mal verschwinden. Ich geh mal back in die Base. Alles klar. So, die Schuhe kann ich mir ja schon mal holen. Und... Das könnte ich mir bauen. Und dann hol ich mir gleich noch das hier. So, dann gucken wir erstmal hier. Der Zix geht ganz gut ab. Die hier oben haben... Die haben im Übrigen keinen Jungler. Die haben ne Dual Lane auf der Top. Und dann auch mal zurückgehen, wenn du mal kurz kommen willst. Ich bin da. Wollen wir nicht noch einen kurz aufs Maul hauen? Ja, ich bin Half-Life nur. Achso, ja, dann geh mal back. Ich hab da grad die Ulti drauf gehauen. Ich bin da mal weg. Wenn mal eins vor, sonst haut die mir hier gleich ne Bubble rein. Die hat hier E geworden. War klar. Alter Vater. Hau sie weg, hau sie weg, hau sie weg. Komm her, Schlampe. Aber pass auf den Tower auf. Das gibt's nicht, Alter. Was meinst du mit Care? Ja, er soll aufpassen. On the way. Warte. So. Okay, anscheinend hätt ich die passive vielleicht schon mal hochscalen sollen. Ach, schau, wir haben noch einen Haltrang. Ich hab auch mein D noch, also von daher. Lol, die hat zwei Worts hier drin. Die hat noch einen hier drin. Oh, da ist sie wieder. Achtung, Nami kommt. Hat wieder geworden oben. Zehn Sekunden hab ich Ulti übrigens. Ach, die sieht mich schon hier. Ach, geh mir denn doch in den Sack. Lass mal ein bisschen farmen hier. Was ist denn mit der? Kriegst du die? Nö. Oh cool, du hast schon das Flächendamage. Das ist gut. Cleave Damage. Geworden. Scheiße, jetzt hab ich auf den Knopf gedrückt. Schade. Ach, geh mir nicht auf die Nüsse, Nami. Kriegst du uns einen mit? Ach, schade. Muss gucken, dass da keine Creeps drinstehen. Ja, ich, das ist schwierig, weil mein, das ist so ein Kegel, der weggeht, weißt du, und ich hab zwar sie angeguckt, aber rechts stand ein Creep näher an mir. Ähm, guck mal Top-Lane. Ja, die machen es ganz gut. Ja, die machen es ganz gut. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Mal kurz. Boah, ich kann ja nicht, da ist ein Tower drin, ich trau mich nicht. Komm da weg, komm da weg, komm da weg, komm da weg. Komm mal zu mir. Ich hab noch mein D. Ja, ne Ulti hat sie da dafür rausgehauen. Ja. Ey, gut, was soll sie machen alleine gegen uns beide? Ich weiß auch nicht, wo die andere hin ist, vielleicht hat die Connection Lust. Ja, ach. Kündig sowas bitte an, ich hab nicht drauf geachtet. Ja, da ist die andere wieder, Level 7. Du stirbst. Sehr schön. Also ich weiß noch nicht, was die anderen Skills so großartig machen, ich skill hier einfach so nach Gefühl. Äh. Ich skill auch nur nach Gefühl. Was macht das? Blitzcrank führt eine super Aufladung durch, dann mit 8 Sekunden. Achso, hättest du Zeit sein sollen. Ja, ja. Na komm, knüppeln wir mal auf den Turm rum, das Spiel ist ja hier vorbei. Und die Bubble? Ah, doch nicht. Mal ganz fix den Tower gedivet. Ja, ich mach den mal jetzt weg. Ne, wahrscheinlich nicht, aber... Boah, ich dachte grad, was kommt denn jetzt von hinten? Achtung, hinter dir Blitzcrank! Ich hab den zerstört, ich ganz allein. Also zum Creeps-Farmen ist der Darius ja schon Bombe, gell? Der macht Spaß. Ja. Vor allem gegen, gegen, äh, Melee ist das, glaub ich... Mal, in die Mitte gehen. Guck mal, dass hier ein bisschen was los ist. Da ist es schon wieder, Level 7, süß. Ach, jetzt hat sie hier ihr scheiß Auge hingesetzt. Da haben wir ihn links draus. So, jetzt sehen wir ja gleich, ob die hier gewordet haben. Gott, gleich. Ja, der Katz, der Zix ist ja auch abwartig. Oh, Ulti. Ach, schieß mich doch ab. Was... Was machen wir da oben? Warte, wollen wir mal hochgehen so? Ne, warte mal, bleib mal da, bleib mal hier, bleib mal hier. Ich zeig dir jetzt gleich was. Komm mal mit hierher. Guckst du durch oder was? Wir sehen's doch. Ne, die sieht uns nicht. Hier unten. Nice one. Ah, Tower! Dankeschön. Ja, komm, wir gehen mal Mitte. Die Mitte ist was los. Ich müsste aber eigentlich einkaufen mal vorher. Ich hab so viel Scheißdreck. Ich hab... Oh, was sind da oben? Ach, was du denkst? Knapp 3000. Das Spiel ist schon vorbei. 24-2. Wie abartig ist das denn? Da hab ich schon mal kurz gehuckt. Ja, war nicht schlecht. Und wenn man mal bei Dota den Typen kann ich gar nicht. Der, wo hooken kann, den bin ich absolute Pfeife drin. Äh, per C. Wir hier ließen hin, du musst mal abhauen. Ah, ich hab cooldown. Ja, ich wollte auch gerade, ich hab noch cooldown. Jetzt kann ich wieder. Ach, okay, alles klar, Tower machen. Ja, wobei ich die erstmal einkaufen. Was war denn jetzt? Ja. Unglaublich. Wunderschönes Spiel. Würdest du sagen, machen wir gleich noch eins, oder? Jo, bin ich voll dabei. Also, wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. J ends Mal. Wunderschönes Spiel. Vielen Dank.